Wenn du Schiss hast, mache ich es. Hey, Park, schon vergessen, was ich früher gemacht habe? Ich kenne die Typen nur zu gut. Man darf keine Angst sein. Man muss klare Forderungen sein. Eine Cola. Wo ist sie? Gekommen hin. Wie darf ich das interpretieren? Ich will meine 5% zurück. Das ist echt scheiße, Mann. 40, 30, 20 und ich kriege 10. Zufrieden?